Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele heute mit euch Go. In diesem Tutorial wird es um das Zuke Hikijoseki gehen, das ich euch schon im letzten Video kurz vorgestellt habe. Schwarz hat die Ecke mit dem 3-4 Punkt besetzt und Weiß erwidert mit diesem Kakari, also diesem Eck-Annäherungsstein. Der 1-Punkt-Annäherungszug wird Iken Takagakari genannt. Das Ziel dieses Zuges von Weiß besteht darin zu verhindern, dass die Ecke vollständig in schwarze Hände fällt. Der hohe Annäherungszug ermöglicht Weiß eine schnelle Entwicklung und kann nicht an den Rand gedrückt werden. Allerdings besitzt Schwarz auch gute Optionen, Weiß aus der Ecke heraus zu drängen. Das geschieht hier mit diesem Zug und falls Weiß Hani spielt, um seinen Gegner in der Ecke einzuschließen, kann Schwarz zurückziehen und somit seine Steine verbinden. Diese Taktik von Schwarz erst anzulegen und dann zurückzuziehen, heißt im japanischen Zuke Hiki und daher hat das Joseki seinen Namen. An diesem Punkt hat Weiß mehrere Möglichkeiten, von denen zwei die großen Standardvarianten dieses Josekis darstellen. Gerade für Go-Spieler, die sich zum ersten Mal mit diesem Joseki befassen, ist es wichtig, diese Standardvarianten und ihre Eigenheiten zu kennen. Beginnen wir mit der historisch älteren Variante. Weiß spielt eine solide Verbindung, um zu verhindern, dass Schwarz an diesem Punkt schneidet. Schwarz dehnt sich am rechten Rand auf der dritten Linie aus und Weiß springt über drei Punkte entweder hierhin oder zu Punkt A auf der vierten Linie. Beide Züge sind Joseki. Für Schwarz ist es wichtig, nicht zu gierig zu sein, sondern sich mit der Ausdehnung über einen Punkt zu begnügen. Die Erfahrung zeigt, dass eine Ausdehnung bis Punkt B eine zu große Lücke hinterlassen würde, die später Probleme provozieren könnte, weil Invasionen für Weiß dann wesentlich leichter wären. Kehren wir zum Anfang der Sequenz zurück. An diesem Punkt kann Weiß statt der soliden Verbindung auch ein Tigermaul, also eine hängende Verbindung spielen. Schwarz spielt wieder am rechten Rand die Ein-Punkt-Ausdehnung. Mit dieser Form verfolgt Weiß ein wenig andere Ziele. Der Schwerpunkt liegt nicht so sehr auf der Festigkeit der Verbindung als vielmehr auf dem Potenzial für schnelle, leichte Entwicklung. Weiß dehnt sich einen Punkt weiter aus als in der soliden Variante. Die Tigermaul-Variante ist moderner und wird häufiger gespielt. Möglicherweise, weil sich bei vielen Spielern der Eindruck entwickelt hat, mit der soliden Variante zu wenig Raum und Gebiet zu erobern. Hinzu kommt, dass auch die solide Variante nicht vor Invasionen sicher ist. Bei der modernen Variante gibt es allerdings einen Punkt, der die Position von Weiß besonders anfällig macht. Und dieser Punkt ist A. Wenn Schwarz hier spielt und Weiß ignoriert diesen Zug, kann Schwarz ein Vatari ausführen, also ein Manöver bei dem seine Steine unter den Steinen des Gegners verbunden werden. In diesem Fall wird das möglich, weil Weiß nicht effektiv blocken kann. Sollte Weiß nämlich Hany spielen, setzt Schwarz einen Stein von Weiß ins Atari und nachdem Weiß verbunden hat, kann Schwarz den Hanystein fangen. Ich hatte im letzten Tutorial darauf hingewiesen, dass wir aus dem Joseki-Studium viele grundsätzliche Techniken und Manöver erlernen können. Und dieser Zug von Schwarz ist ein Beispiel dafür, wie man in vielen Situationen unter den Steinen des Gegners hindurchschlüpfen kann. Nun kann man ja fragen, warum das ein Problem sein soll, denn schließlich braucht Weiß den schwarzen Zug nicht zu ignorieren, sondern kann pflichtbewusst sofort das Vatari-Manöver unterbinden. Dazu wählt er meist diesen Punkt. Das Problem ist aber, dass Schwarz nun die Möglichkeit hat, das kommt auf die umgebende Situation an, entweder am Rand A oder zum Zentrum hin B zu spielen. Für die Enthusiasten unter euch werden wir uns diese Varianten nachher noch einmal genauer anschauen, aber um erst einmal die Grundlagen zu besprechen, soll hier genügen, den Schwachpunkt A im Hinterkopf zu behalten, der Schwarz eine Mihai-Chance eröffnet, nämlich entweder nach rechts zu verbinden oder zur anderen Seite zu fliehen. Auch die solide Variante besitzt Schwächen, insbesondere wenn die Ausdehnung auf der vierten Linie gespielt wurde, zum Beispiel diesen Punkt. Wenn Schwarz hier spielt, droht das eine Verbindung über den Punkt A an. Sollte Weiß das verhindern, kann Schwarz ins Zentrum springen und möglicherweise die weißen Steine trennen. Aus diesem Grund verteidigt Weiß häufig mit diesem Zug. Schwarz kann die Situation jetzt verlassen, um später hierher zurückzukehren oder sofort verbinden. Fassen wir zusammen. Die historisch ältere Form ist stabil, aber wenig raumgreifend. Die moderne Form ist schnell und raumgreifend, besitzt aber den Schwachpunkt A. Wie sollen wir nun entscheiden, welche dieser Varianten wir anwenden? Einen Hinweis bietet die Frage, wie weit sich Weiß ausdehnen sollte, also bis zum Punkt A oder aber zum Punkt B. Je wichtiger und wertvoller eine weite Ausdehnung wird, desto eher sollte Weiß die moderne Variante spielen. Schauen wir uns dafür zwei Beispiele an. Im ersten Beispiel hat Weiß die Möglichkeit, einen schwarzen Kakari-Stein auf der linken Seite in die Zange zu nehmen und damit die für eine schwarze Basis nötige Mindestausdehnung von zwei Punkten zu unterbinden. Weiß spielt also die moderne Variante und der schwarze Stein kann nun keine Basis am Rand errichten. Sollte Weiß später dazu kommen, diesen Kosumizuki zu spielen, muss Schwarz flüchten, Weiß kann erneut drohen und Schwarz hat eine problematische, laufende Gruppe, um die er sich kümmern muss. Spielt Weiß hingegen die ältere Variante, erlaubt dies Schwarz eine Basisausdehnung auf den Punkt A. Wenn Weiß also später von der Ecke her spielt, kann Schwarz eine Basis errichten und hat keine größeren Schwierigkeiten in dem Gebiet zu erwarten. Im zweiten Beispiel gibt es ein schwarzes Schimari in der linken Ecke. Ausdehnungen von einem Schimari aus sind extrem wertvoll und ebenso wertvoll sind Ausdehnungen des Gegners, die das verhindern oder einschränken. Wenn Weiß die alte Variante spielt, erhält Schwarz die Möglichkeit zu einer Ausdehnung über drei Punkte von seinem Schimari aus. Weiß verteidigt und das Ergebnis ist jetzt sehr gut für Schwarz. Spielt Weiß hingegen die moderne Variante, dann kann sich Schwarz nur über zwei Punkte von seinem Schimari aus ausdehnen und dieses Ergebnis ist wesentlich besser für Weiß. Nicht immer ist es so wichtig, sich mit der modernen Variante weit auszubreiten, aber natürlich gibt es Gründe, weshalb diese Form häufiger gespielt wird als die ältere, solide Form. Wichtig ist an diesem Punkt vor allem die besonderen Merkmale der beiden Formen zu kennen. Wenn wir die moderne Variante spielen und die entsprechende Gruppe noch nicht mit dem Zug auf A verteidigt haben, dann steigt die Wahrscheinlichkeit einer Invasion des Gegners auf B. Das muss Weiß in diesem Fall klar sein. Er darf den oberen Rand bis zur Verteidigung noch nicht als festes Gebiet betrachten. Schauen wir uns nun eine Variation an. Nachdem Schwarz zurückgezogen hat, könnte Weiß auch hier spielen. Solche als leicht bezeichneten Züge sind besonders dann angebracht, wenn man in einer vom Gegner dominierten Region des Brettes spielt. In diesem Fall versuchen wir nicht eine solide Basis aufzubauen, sondern setzen unsere Steine nur als Partisanen ein, die die Operation des Gegners stören sollen. Wenn Schwarz hier beispielsweise schneidet, kann Weiß Atari spielen, Schwarz verlängert, Weiß ebenso und droht damit die schwarzen Steine mit einem Zug auf P15 zu fangen. Schwarz biegt um und Weiß sichert die Verbindung seiner Steine am oberen Rand. Auf diese Weise konnte Weiß lokal einen Erfolg erzielen und hat eine schwerfällige Entwicklung vermieden. Betrachten wir ein Beispiel, wo sich ein Spieler für solch eine Taktik entscheiden könnte. Schwarz hat die chinesische Eröffnung gespielt und nun entwickelt sich ein Kampf in der unteren rechten Ecke. Statt das Tsukehiki-Joseki in der soliden Variante oder in der Tigermoll-Form weiter zu spielen, setzt Weiß auf diesen Punkt. Was bezweckt er damit? Er spielt leicht, um seine Steine aus der umkämpften Zone zu extrahieren. Ein möglicher Fortgang der Sequenz wäre diese Folge von Zügen. Natürlich ist das ein Erfolg für Schwarz, denn im oberen Teil des Brettes entsteht ein Mojo und die weißen Steine unten sind noch nicht sicher. Doch weil Weiß sich in ein von Schwarz dominiertes Gebiet vorgewagt hat, muss er eben damit rechnen, dass Schwarz in irgendeiner Weise profitiert. Die Situation für ihn ist nicht leicht, aber er hat Optionen. Sollte Schwarz aber den Fehler machen zu schneiden, kann Weiß noch größeren Vorteil aus der Situation ziehen. Weiß setzt den Schnittstein ins Atari. Schwarz verlängert, Weiß droht erneut und wenn Schwarz nun umbiegt, kann Weiß verlängern und die schwarzen Aussichten für ein Mojo im oberen Bereich sind dahin. Die gleiche Spielidee finden wir hier. Weiß kämpft in einer vom Gegner dominierten Sphäre. Er entschließt sich nicht für die solide Verbindung und auch nicht für das Tigermaul, sondern für eine Variante, die man als erweitertes Tigermaul bezeichnen kann. Wenn Schwarz nun sein Gebiet auf der rechten Seite sichert, kann Weiß mit diesem Zug die Grundlage für eine lebende Gruppe schaffen. Sollte Schwarz diesen Zug von Weiß ignorieren und woanders auf dem Brett spielen, kann Weiß mit diesem Satz einen großen Teil aus dem potenziellen Gebiet von Schwarz heraus beißen. Falls sich Schwarz dafür entscheidet zu schneiden, spielt Weiß Atari und auch wenn er die schwarzen Steine nicht in einer Treppe fangen kann, so gelingt es ihm doch wunderbar, seine Steine in Form zu bringen. Solche geschickten Ausweichmanöver inmitten einer vom Gegner dominierten Region werden Sabaki genannt. Gehen wir zurück zur Tigermaul-Variante. Hier kann Schwarz sich für eine Drohung im englischen Peep im japanischen Nozuki entscheiden. Eine Möglichkeit der Antwort für Weiß besteht darin, zu verbinden und nachdem Schwarz hier gespielt hat, dehnt sich Weiß wie üblich aus. Wann würde so eine Variante gespielt? Sehen wir dazu diese Situation an. Weiß hat in der oberen linken Ecke einen Stein auf dem Sansan platziert und spielt das Zuke Hikijoseki. Sollte Schwarz wie üblich auf der dritten Linie eine Ausdehnung spielen, wäre die Antwort von Weiß nicht wie normalerweise A, sondern wahrscheinlich B. Schauen wir uns das an. Natürlich kann Schwarz hier eine Invasion starten, aber das wird kein leichter Kampf. Die Chancen für Schwarz wären um einiges besser, wenn die Bewegungsfreiheit der weißen Steine auf der An diesem Punkt antizipiert Schwarz den Plan von Weiß und spielt deshalb den Nozuki dann die Verbindung und wenn Weiß nun mit einem großen Kämmer die Ecke schließt, kann Schwarz bei dieser Invasion auf seine Vorbereitungen rechts vertrauen. Die beiden schwarzen Steine engen den Bewegungsspielraum der weißen Steine ein und das wird im bevorstehenden Kampf ein Vorteil sein. Eine zweite Möglichkeit auf den Piep von Schwarz zu antworten besteht in diesem Nobi. Weiß wählt diese Variante, wenn die rechte Seite wertvoll für ihn ist. Schwarz kann nun mit diesem Hane am oberen Rand fortfahren, Weiß spielt Hane gegen den Nozuki Stein, Schwarz verlängert am oberen Rand und Weiß geht nach rechts. Schwarz kann jetzt noch einmal Hane spielen und dieser Tobi von Weiß beendet die Sequenz. Attraktiv ist das für Weiß, wenn es ihm um den Außeneinfluß in dieser Region geht. Nach dem schwarzen Hane wäre es ein Fehler von Weiß, den oberen Rand zu blocken. Schwarz würde einen weißen Stein ins Atari setzen und nach dem Verbinden von Weiß zwei weiße Steine fangen. Der Profit von Schwarz auf der rechten Seite wäre zu gut. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie die Antwort von Weiß auf den schwarzen Nozuki in den Fällen A und B aussieht. Es gibt auch noch die Variante C, die Weiß aber nur dann spielt, wenn die linke Seite wichtig für ihn ist und er dort entsprechende Vorkehrungen getroffen hat. Denn Schwarz erhält bei dieser Variante ein großes Stück Gebiet und Weiß muss sicher sein, dass er dafür auf der anderen Seite entschädigt wird. Ihr seht die mächtige weiße Wand im Zentrum des Brettes. Das kann ein großer Vorteil sein, insbesondere weil Weiß die Sequenz als erster verlässt. Trotzdem will diese Entscheidung sehr sorgfältig bedacht sein, denn das schwarze Gebiet auf der rechten Seite ist beachtlich. Kehren wir zum Anfang des Chusekis in der älteren Variante zurück. Wir hatten gesehen, dass sich Schwarz am rechten Rand ausbreitet. Weiß könnte später einen wunderbaren Satz machen, der seinen Zentrumseinfluss erhöht. Schwarz kann das verhindern, allerdings zum Preis eines gewissen Risikos, das seine Ecke betrifft. Er kann nämlich statt des Tobi einen Kosumi auf A spielen und damit den weißen Sprung über zwei Punkte verhindern. Das sieht so aus. Nachdem Weiß verbunden hat, geht Schwarz hierhin. Weiß spielt seine Ausdehnung am oberen Rand. Die Situation ist nun folgende. Schwarz hat die Möglichkeit unterbunden, dass Weiß seinen 2-Punktsprung nach A machen kann. Denn vom Kosumistein aus könnte Schwarz die weißen Steine trennen. Schwarz würde jetzt gern einen Kamer spielen, um ins Zentrum zu gelangen. Das Problem liegt aber darin, dass ein weißer Stein auf A zu einem gefährlichen Angriff werden könnte, weil es zu viele offene Schnittpunkte in der schwarzen Stellung gibt. Deshalb wehrt Schwarz häufig einen großen Kamer entlang des rechten Randes als Fortsetzung, um seine Schwachpunkte zu verteidigen. Schon im letzten Tutorial habe ich euch die korrekte Reaktion auf diesen Zangenangriff von Schwarz gezeigt. Grundsätzlich ist es keine gute Idee von Schwarz, so dicht vor der weißen soliden Verbindung eine Zange zu spielen. Deshalb ist dieser Zug auch nicht Jusecki. Weiß reagiert mit einem Zuke hier und nach dem schwarzen Hane bedroht er die Schnittpunkte in der Ecke. Deshalb sichert Schwarz, Weiß spielt Nobi am Rand und nach dem schwarzen Verlängerungszug springt er hierhin oder spielt auf A. Der dreieckmarkierte schwarze Stein steht jetzt zu dicht vor der weißen Stärke. Kehren wir zum Anfang des Zuke Hiki Jusecki zurück. Häufig verlassen gerade stärkere Spieler nach dem schwarzen Verlängerungszug die lokale Situation, um Tempo zu gewinnen und fahren an einer anderen Stelle des Brettes fort. Daraus ergibt sich für Schwarz die Gelegenheit zu schneiden. Was passiert in diesem Fall? Weiß kann am oberen Rand verlängern. Wenn nun Schwarz ebenfalls verlängert, kann Weiß Hane spielen, vorausgesetzt die Treppe bei O15 würde für Weiß funktionieren. Wie geht es weiter? Falls Schwarz schneidet, würde Weiß Atari spielen und nach dem schwarzen Nobi ebenfalls verlängern. Damit droht er zwei Treppen gleichzeitig, nämlich die auf A und auf B. Schwarz kann nicht gleichzeitig gegen beide verteidigen. Voraussetzung für diese Spielweise von Weiß ist jedoch wie gesagt, dass beim Start die Treppe auf A für Weiß läuft. Dieser Zug von Weiß hingegen ist nicht gut, denn der Einfluss von Schwarz dominiert jetzt den oberen Bereich des Brettes. Läuft die Treppe hingegen nicht für Weiß, beispielsweise weil im Brettzentrum oder in der unteren linken Ecke schwarze Steine stehen, kann er nach dem schwarzen Verlängerungszug nicht Hane spielen, sondern muss seinerseits verlängern. Schwarz könnte dann einen Stein fangen und Weiß würde sich am oberen Rand ausbreiten. Werfen wir zum Schluss einen Blick auf die eingangs erwähnte Invasion der Tigermollvariante. Wir sehen hier einen schwarzen Zug, der von Weiß normalerweise mit einem Verteidigungszug auf A beantwortet wird. Sollte Weiß nicht verteidigen, ist eine Invasion von Schwarz wahrscheinlich. Weiß verhindert die Verbindung der schwarzen Steine und falls Schwarz diesen Kämer in Richtung Zentrum spielt, verlängert Weiß hier. Schwarz spielt Zuke, Weiß spielt Hane und Schwarz quetscht sich zwischen die beiden weißen Steine auf der zweiten Linie. Weiß spielt auf der ersten Linie, um seine Steine zu verbinden. Schwarz spielt dieses Atari. Weiß verbindet und nun verlängert Schwarz auf der Außenseite und droht so ein Atari gegen die beiden weißen Steine darunter. Weiß spielt Atari, Schwarz verbindet auf der Außenseite. Später kann Weiß auf A zielen und so drohen drei schwarze Steine zu fangen. Schauen wir uns eine fehlerhafte Reaktion von Weiß an. Mancher Spieler würde hier vielleicht intuitiv verlängern, aber das führt zu diesem Nobi von Schwarz und wenn Weiß nun von oben Hane spielt, droht Schwarz unten herum zu verbinden. Nachdem Weiß das verhindert hat, spielt Schwarz Hane und trennt auf diese Weise die weißen Steine, die nun verletzlich und angreifbar sind. Das ist sehr schlecht für Weiß. Statt in Richtung Zentrum kann Schwarz auch zum Rand hin Keima spielen. Weiß antwortet mit diesem Zug und verfolgt damit das Ziel, die Verbindung seiner Steine zu sichern. Schwarz spielt diesen Tezuchi-Zug und Weiß spielt Nobi. Schwarz spielt Zuke und Weiß verbindet. Schwarz verlängert am Rand, Weiß verlängert ebenfalls. Schwarz verbindet seine Steine und Weiß spielt Atari. Ein schwarzer Zug auf A kann zu einem komplizierten Kampf führen, deshalb wählt Weiß manchmal eine andere Variante. Auf den zweiten Invasionsstein reagiert Weiß dann mit diesem Nozuki und Schwarz verbindet. Weiß spielt jetzt wieder hier, Schwarz spielt seinen Tezuchi-Zug, Weiß verlängert, Schwarz spielt Zuke. Jetzt verbindet Weiß nicht direkt wie in der vorigen Variante, sondern spielt hier. Schwarz verlängert am oberen Rand und Weiß verlängert ebenfalls. Nachdem Schwarz verbunden hat, kann Weiß den schwarzen Stein mit einem Netz fangen und hat so das Risiko von Komplikationen vermieden. Es wäre ein Fehler von Weiß so zu blocken. Ihr seht, dass die resultierende Sequenz zu einem schlechten Ergebnis für Weiß führt, denn wieder gelingt es Schwarz, Weiß aufzuspalten. Für Schwarz ist dieser Tezuchi-Zug wichtig, denn einfaches Kriechen auf der zweiten Linie gibt Weiß die Möglichkeit, diesen Nobi zu spielen und so Stärke in Richtung Zentrum zu gewinnen. Das war ein ziemlich langes Tutorial und wir haben eine Menge Varianten des Zuke Hikijoseki kennengelernt. Macht euch keine Gedanken, wenn ihr nicht alle Zugsequenzen nachvollziehen könnt oder beim Spielen erinnert. Meine Empfehlung ist, dass ihr euch einzelne Varianten genauer anschaut und in euren Partien ausprobiert. So lernt ihr Schritt für Schritt und vergrößert allmählich euer Repertoire. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Ihr wisst ja, dass ihr damit die Verbreitung unserer Go-Videos unterstützen könnt. Falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Rückmeldungen habt, schreibt in den Kommentarbereich. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Da wird es dann um ein weiteres Juseki des 3-4-Steins gehen, nämlich um das Keima-Juseki. Bis dahin, macht's gut, bye-bye.